Ja Leute und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 2 HD Part 41. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben beim Sammeln der Mondsteine. Hier machen wir jetzt auch erstmal ein klein wenig weiter, auch nicht mehr allzu lange. Dann machen wir erstmal an der Hauptstory weiter, aber ein bisschen möchte ich hier noch kurz sammeln. Das war schlecht. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt das Spiel gerade erst wieder gestartet und das ist das erste Mal wieder seit Stunden, dass ich spiele. Also muss ich mal ganz kurz reinfinden. Das sollte im Großen und Ganzen kein Problem sein. Okay, erstmal den Kristall und dann kommt er raus hier. Na, kommst du raus jetzt hier oder was? Oh. Gut. Wo sind wir denn jetzt überhaupt hier? Hier waren wir noch nicht. Total übersehen. Skandal. So, einmal die Synthöneiten. Machen wir uns den Kristall ja auch noch. Die Synthöneiten wollen wir sowieso aufbessern. Das hatten wir ja schon besprochen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall in jedem Part... Ah, hier. Achso, ist schon fertig. Das ging schneller als gedacht. So, hier waren wir schon. Na gut, ich würde sagen, das hat nichts zu sagen. Ob wir da schon waren oder nicht. Ey. So, weil wir hatten ja eben... ... auch noch ein Kristall. Und das, obwohl wir da eigentlich schon waren. Genauso wie der hier. Der ist komplett in der Menge untergegangen. Ach nee, der ist neu. Also nicht neu, aber... Wir sehen ihn jetzt zum ersten. Ey. Oh, oh, oh. Das wird zu viel. So. Ein Pro... Also ein Lebenspunkt. Hm. Sehr, sehr geil, wenn er jetzt gleich abkratzen würde. Sehr schön. Jetzt haben wir noch ein Kristall. Die kriegen den auch noch genau. So, haben wir hier noch irgendwas? Nö. Gehen wir erstmal hier lang. Und hier haben wir noch einen. Den nehmen wir auch noch mit. So. Hier waren wir schon. Hier ist alles weg. Gut, dann den hier. Wundert mich gerade, dass hier keine Viecher rauskommen. Ah, hätte ich mal nicht zu laut sagen sollen. Erstmal... ...den Stein kaputt machen. Und jetzt kommt er raus. Äh. Bist du so nett? Ah, gut. Der ist zwar ein bisschen umsonst. Hätten wir sparen können. Aber hier ist noch einer. So. Schnell zurück. Die sind schon wirklich ziemlich zäh. Und haben schon echt ziemlich viel Power. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind echt nicht schlecht. Die Monster da. Aber. Naja. Okay, das hätte nicht sein müssen. Aber wir haben schon 52 Steine. Und das ist doch schon eine angenehme Zahl. Damit können wir auf jeden Fall schon eine Menge machen. Warten. So. Geht das direkt nochmal ein bisschen weiter. Und zwar... Immer weiter nach... Nach rechts gehen quasi. So. Die Kiste will ich auch noch haben hier. Blitzkanon-Munition. Ach, haben wir die gar nicht aufgewässert hier. Neu gekauft. Naja. Kann ja mal passieren. So. Wir haben jetzt auf jeden Fall über die Hälfte schon fertig. Und dafür... Oh oh. Dann kann hier rein theoretisch jetzt nicht mehr so viel passieren. Okay. Dann haben wir hier noch irgendwo... Vielleicht ein Kristall. Äh, hier hier. Ein Platin-Bolt. Fände ich jetzt auch nicht so sehr verkehrt. Wenn man dafür mal wieder was finden würde. So. Mega-Gefichtshandschuh. Ah, hier direkt vier Kristalle. Die wir sehen können. So. Nächste. Ach. Im Laufen sind sie noch schneller als wir. Aber... Naja. Nicht so schlimm. Naja. Naja, hat sich auch erledigt. So. 56. Dann den hier noch. Fliegen wir mal hier lang. So. Haben wir hier noch was? Ja, hier ist auch noch einer. Schnell den Kristall holen. Dann kommt das Viech. So. Und los geht das Ganze hier. Und Angriff, Jungs. Die greifen die nicht an, ne? Loll. Was ist das? Das Viech hat uns berührt. Das hast du ja noch gar nicht erlebt. Aber das war... ...zu viel des Guten für ihn. So, hier noch ein Kristall. Zwei sogar. Und dann noch zwei Viecher. Doppelkampf quasi. Ach, verdammt. 60. Haben wir den jetzt noch eingesammelt oder nicht? Ich weiß ja nicht, ob die verschwinden. Naja. Gut. Geh jetzt erstmal wieder da hin. Jetzt können wir beinahe hier schon... ...tatsächlich da hab ich gekriegt. So. Syntenoid. Und dann direkt hier weiter. Hier waren wir schon. Hier ist noch einer. So, und hier sind wieder... Ne, einer ist hier. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt eben war. So, das war's. Nächster. Hier war das doch, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... ...gibt's hier wieder gut was zu tun. Boah, ey. Oh, jetzt ist aber Schluss hier mit. Lass uns. Aha. So, den haben wir auch. Damit... ...66 Kristalle. Hier hatten wir alles, ne? Ja. Jetzt geht's hier weiter. Hey. Na ja. Gut, eigentlich müsste der gleich wieder umdrehen und abhauen. So. So, den noch. Hier müssen... Genau, hier kommen wir nicht weiter. Dann, äh... Plasma... ...Sturm. Dann gucken wir hier drüben noch. Da ist nämlich noch einer. Wenn wir alle aufgesammelt haben, müssten wir eigentlich wieder einen Stealpunkt kriegen. Das heißt, rein theoretisch können wir die gar nicht verpassen. Also, dass wir alle haben. Das geht eigentlich nicht. So. So. Reden wir jetzt mal. Da ist noch einer links. So. Hier haben wir noch einen. Schon beinahe in eine Meute reingegangen. So, den kann ich gut gebrauchen. Hier war keiner mehr. So, haben wir hier noch was? Ja, hier ist noch so ein Viech. Und dann direkt... Jetzt wäre es wirklich sehr, sehr geil. Okay. Zack. 71. Und hier ist auch Ende im Gelände, würde ich mal sagen. Das war's. Müssen wir nur gucken, dass wir hier wirklich alle erwischt haben. Okay. Toll, das war's. Irgendwo haben wir bestimmt noch einen übersehen. Und da gucke ich jetzt noch einmal drüber mit euch. Dann würde ich sagen, haben wir's. Weil dann haben wir hier alle gefunden. Und das war ja für mich auf jeden Fall Ziel des Ganzen. Und dann tauschen wir die auch direkt ein gegen Bowls. Wäre natürlich eigentlich idiotensicherer, wenn wir das noch nicht tun würden. Denn Bowls, die wir noch nicht offiziell auf dem Konto haben, die geben wir natürlich auch nicht so schnell aus. Aber das ist jetzt mal völlig egal. Ich werde schon noch ein bisschen sparen. Und dann holen wir uns davon, was schön ist. Ich will ja auch irgendwann nochmal Reader haben und die Carbonox-Rüstung. In dem Sinne ist Sparen ein Muss. Weil ich möchte sie mir nicht erst kaufen, wenn ich Second Run gestartet habe. Also das Spiel noch einmal vorne neu startet und das ohne euch. Das finde ich ein bisschen doof. Ich würde das ganz gerne schon noch im Let's Play freischalten. Mindestens den Reader und Carbonox-Rüstung. Das war doof. So. Hier scheint keins mehr zu sein. Vielleicht ja hier noch. Bis jetzt scheint es aber nach sehr großer Ebbe auszusehen. Dann frage ich mich, wo die ganzen Platin-Bowls sind. Weil wir haben drei Stück, glaube ich, hier in dieser Schneewüste. Okay. Da ist auch alles offen. Hier auch. Da auch. Irgendwo habe ich einen übersehen. Irgendwo steht so ein einzelnes Scheißding. Da war ich noch nicht. Genau, hier lang. Das ist der einzigste Platz, wo ich noch nicht war. Genau, fahren wir direkt darauf zu. Hier. Sieht ja relativ... Ja. Frei von Kristallen aus. Finde ich jetzt ein bisschen skurril. Eigentlich müsste man doch einen Stilpunkt bekommen. Wenn man alle abbaut. Irgendwo ist noch einer. Muss ja. Hm. Hier hinten in der Ecke vielleicht. Wir schauen uns noch mal kurz hier oben. Ja komm, nehmen wir mal Synthenoiden. Dann können die nebenbei leveln. Wenn sie den Gegner sehen, können sie ruhig drauf schießen. Hier ist überall nix. Hier ist überall nix. Hier ist auch nix. Haben wir denn alle Aufgaben erfüllt? Nee. Finde Angela haben wir noch nicht erledigt. Aber ansonsten... Hm. Merkwürdig. Ich werde hier gleich nochmal off-cam ein bisschen rumschweben, rumfliegen. Und, äh... Mal die Augen offen halten. Würde ich sagen, sehen wir uns denn hier irgendwo in dieser Wüste im nächsten Part wieder. Vielleicht habe ich bis dahin ja noch einen gefunden. Oder halt eben nicht. Denn ist das so. Schade drum. Ich bin halt einfach der Meinung gewesen, dass man hier einen Stilpunkt bekommen hat, wenn man fertig war und alle... gefunden hat. Quasi. Das finde ich gerade ein bisschen schade. Na gut Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Bis dahin. Euer Tracer. Ciao dann.